Hallo und Willkommen im Euro Truck Simulator Multiplayer. Wie ihr wisst, wir machen immer gerne eine pinke Pause und setzen unsere Fahrt jetzt fort. Mit dabei ist wieder der gute alte Stefan, unser Trucker-Kollege. Da steht er. Los! Oh, jetzt wird wieder heller. Joa, läuft. So, giveaway. Du hast Vorfahrt. Und weiter geht's auf den letzten... Oh gut, 400 Kilometer sind es ja noch. Wir sind immer noch in England und wollen gleich nach Paris. Oder sind auf dem Weg nach Paris. Ja, zur Zeit sind 1400 Spieler mit auf dem Server, die uns das Leben schwer machen wollen. Ist doch so. Oh, siehst du da unten steht schon wieder, Long Side of Road. 1400 Spieler, sind das bestimmt nur noch 1399 Spieler? Nö, 1410. Wow. 1400. Und 110 auf dem US-Server. Aber logisch, dass es die meisten sind. Nee, der Herbert bestimmt, oder? Ja, Kuchen gemampft und jetzt kann es weitergehen. Wir sind auch in der Aufnahme. Wir sind gerade auf dem Weg zurück nach Paris. Genau. Frankreich sind wir jetzt. Frankreich! Zu dem Baguette-Lutschern. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Zu der Stadt... Zu der Stadt der Liebe, nach der... Zu der Stadt der Liebe fahren wir jetzt. Zur Stadt der Baguette-Lutschern. Ich bin in Erfurt. Wir nicht. Ich schon. Ja. Wir nicht. Wir kochen hier in England rum. Genau. Schön. Und wir... Jetzt ist bei mir 1379. Warte, ich guck mal wie viele im Sticken sind. Ja, wir haben auch schon wieder... Nö. 1400. Auf der Service, oder? Ich hab gerade gesagt... Oh, das waren wir in die Tage, ey. Nee, nee, nee. Hat er echt ein Perk, ja. Muss er das, was ich doch an Video haben konnte, ey. Ist doch, das ist ja auch... 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 Aber, als so was glaube ich, der Google, ich brauche ja... Das wird dann schon anders. So, so ähnlich wie Twitch-Stripper-Oge-Ferse, oder? Hast du ihn? Müssen wir uns mal anleisen. Und du musst... Livestream! Genau. So, da gibt's was bei, bei, bei... So schnell, schnell, YouTube zu bleiben, das du das, das selber wenselst, Es ist mir im YouTube. Und wenn du dann auch mit am Fnag-Pastbild steckst, Und davon ist auch schon wieder unser guter Euro-Tunnel. Ach, der schaut ja nicht nahe. Bei Paris? Naja, beim Tunnel eben, ne? Und wir fahren in unserer Bienen-Mayer-Lackierung hier durch die Gegend. Oder Post-Wagen-Gelb. Mit Rallye-Streifen. Rallye-Streifen, das hat nie jeder. Heckt ja schon wieder der Admin mit jemanden. AFK. Wait, wait. Alles Klärchen. Aber deine Hinterreifen drehen sich trotzdem nicht. Schade. Hätten sie wohl mit dem Patch eigentlich gleich dingsen können. Du, du. Mep, mep, mep. Gleich kommt die Grenze. Juuu. Es wäre eigentlich mal cool, wenn sie auch so eine Brücke machen würden. Bis nach, ähm... ...Grenz. Nein. Es geht nicht. Es wäre auch nicht realistisch. Und zu teuer. Wer weiß. Und die schöne Küste hier. Sieht da richtig mega aus. Mega aus. Ich habe sowieso nichts. Ich habe sowieso nichts davon. Ich habe sowieso nichts davon. Immer noch am Regnen. So. Aber der Nebel hat sich etwas, ähm... ...rückgezogen. Ach. Na, dann kommt bestimmt auch bald das schöne Wetter. Bei mir. Bei mir ist schöner Sonnenschein. Ja. Aha. Da ist er rausgeflogen. Oder ist rausgegangen. Na, time out hat er bei mir gesagt. Hm. Das ist ja wiss. Aja. Vorhin sind wir ja hier den linken Weg gefahren. Hier. Hier. Lackierung. Zwei Stück. Hallo Jungs. Mit weißer Lackierung. Jetzt fahren wir geradeaus. ей Wa. Dova. Ich glaube, ich muss dann mal kurz Pause machen, weil... Oh, da kommt er nämlich gerne auf. Kein Problem. Oh, ist der eine da zu weit gefahren? Oder gerade runter gefahren? Oh, da ist gerade einer gejoint. So. So, Junge. Batman. Oh, hier regnet es ja genauso. Ey, das gibt es doch nicht. Ach, Mann, ey. Warum fährt er denn nicht? Oh, geil. Jetzt habe ich auch noch einen Crash, ja. Na, wollen wir gleich mal gucken, ob er mir irgendwelche Schäden drauf gebrummt hat. Na, 6%. Ich glaube, das ist noch annehmbar. So, okay. Ich bin hinter dir. Wir können dann auch bald mal wieder eine Raststätte aufsuchen. Oder wir fahren das... Fahren die einmal schnell zu Ende. Ja. Dann machen wir erstmal Pause, ne? 180 Kilometer haben wir noch. So. So, jetzt ist wieder Rechtsverkehr. Ja. Eckfahrrecht durch. die aber links form bei der link abbiegen wird ja noch so keine schilder außerdem wollte ich ja wieso wieder rechts fahren und einmal den großen bogen das stimmt erkundschaften wir wollen doch alles erkundschaften woher kommen sie alle schaffe ich noch das schaffe ich noch hat endlich aufgehört super dann hast du es vom schönen wetter bcp hast du schon wieder dings verloren ja unten steht es auch wieder kontrolle zehn sekunden ui 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 zum glück war hier ich bin gerade offline bist du auch noch online offline stefan nein ich bin online ich bin grad irgendwie jetzt bin ich wieder online ich sehe dich ich war gerade so ein bisschen rausgeflogen und da kommt eine bremste aber er hat ja vorfall wiii tiii plotus freie bar mit marzipan ha 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 ellen echt geil wennis an dieser floffne aufgeht w 정부 uisa hat uisa L.O.L. Was ist denn jetzt denn wieder? Mein Steam war offline. Ah, okay. Hatte ich nötig. Also bei mir war irgendwie alles weg auf einmal. Auf dem Kopf hin auf die Teams. Ja. Verbindung weg gewesen? Ja, ähm... Ich weiß nicht, Steam war offline. Teamsweek ging nicht mehr. Ja, du warst in der Hafen. War so wie es dein Internet hat. Ja, das war zu gut. Mach mal deinen Stick an. Mach mal deinen Stick an und fühl mal die Temperatur. Ich kann dir sagen, wie warm er ist? Kalt. Also es geht, es geht, es geht. Achso, hast du so ein Stick. Eher so rum, ne? Ich möchte diesen LKF-Händler besuchen. Na, welchen denn? In Paris. Achso, ja, dann musst du... Da muss ich mich haben. Ja, aber wir haben wieso noch 150 Kilometer vor uns. Ja, easy going. Was mach ich mal hier? Zum Glück hat mein Board so eine Außenantenne. So eine Wi-Fi. Dein was? Mein Motherboard. Safe? Mein Motherboard hier vom Computer. Oder Mainboard. Achso. Da ist gleich so eine Wi-Fi-Teile eingebaut ist. Ach ja. Am besten ist, da bist du eigentlich am besten abgesichert, immer noch das LAN-Kabel. Ja. Oh. 42, 42. Oh, aber 144. Da noch. Genau. Genau. Genau, gute Idee, Raststätte. Dann machen wir kurz das Bauschen. Einmal ganz außen? So. Das sind jetzt die Parkplätze. Das passt. Ein Ball sogar. Das passt. So, super. Und einmal. Juuu. Feststellbremse. Motor aus. Ich bin richtig dicht aufgefahren. Wie wohnen wir, wenn ich dann rückwärts fahre, ne? So, meine liebe Gemeinschaft. Das war's mal wieder für diese Folge im Euro-Track-Simulator. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ein Dank fürs Reinschalten. Bis denn. Tschüss.